Herzlich willkommen zum 11. Input. Und zwar möchten wir unser Arbeitsprogramm heute einmal abschließen mit den geschachtelten Schleifen. Wie sieht die Zielsetzung aus? Sie können Probleme durch Reduktion der Bedingungen und sprachliche Strukturierung vereinfachen und grafisch lösen. Sie kennen verschachtelte Schleifen in der Informatik als Strukturen der Formen. Für das X soll Y passieren, wobei Y wiederum selbst eine Schleife ist. Sie können einfache Probleme mittels geschachtelter Schleifen lösen. Wie sah denn eigentlich nochmal unsere Problemstellung aus? Also wir wollten in einem Garten in einer Streuobstwiese Rasen mähen mit einem Mähroboter. Da es eine Streuobstwiese ist, muss unser Roboter aus den Bäumen ausweichen und demnach in unserer Modellierung in unserer Kunstwelt entsprechen die Bäume Blöcke, also muss unser Roboter Blöcken ausweichen. Da es sich um eine Streuobstwiese handelt, sind die Bäume ohne System verteilt. Was wir aber wissen, dass die Größe des Rasens bekannt ist. Und zwar ist sie in unserem Fall 15x15 Felder groß. Wie haben wir das gemacht? Wir haben es aufgeteilt in ein äußeres und ein inneres Vorgehen. Und heute wollen wir diese Sachen, die wir in den letzten drei Sitzungen erarbeitet haben, zu einer Gesamtlösung zusammensetzen. Wie hat es nochmal mit dem Ausweichen funktioniert? Wir schauen es uns erst nochmal grafisch an. Unser Roboter steht hier und dann können wir abfragen, ob das Feld vor ihm frei ist. Das wäre in dem Fall nein, weil wir einen Block haben. Also muss der Roboter sich nach rechts drehen, eins laufen, links drehen, zwei laufen, links drehen, laufen, rechts drehen. Und dann steht er hier und wieder richtig rum. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben, wie das Turn Right ist, eine eigene Methode namens Sidestep ausgelagert, so dass wir unseren Roboter jetzt jedes Mal nicht neu diese ganzen Befehle schreiben müssen, sondern wir können sagen Sidestep und wir wissen, damit weicht der Roboter aus. Und das war neben dem Turn Right, also der Rechtsdringung, die wir vorhin nicht hatten, eine große Motivation für unsere Methoden. Was haben wir noch gemacht? Wir haben das Problem reduziert. Wir haben nämlich erst mal gesagt, wir haben keine Bäume. Was muss man da alles nicht machen? Man muss nicht überprüfen, ob ein Baum vor dem Roboter steht. Man muss daher nicht ausweichen, sondern nur laufen. Und heute werden wir zwar mit dem Problem anfangen, aber trotzdem zu eigentlichen Gesamtlösungen kommen. Nun schauen wir uns das Übersetzen in nächste Spalte an. Das haben wir nämlich in den letzten Sitzungen immer einfach außen vor gelassen. Wie machen wir das? Wir schauen uns auch erst mal grafisch an. Angenommen, wir haben hier unten gestartet, sind die ganze Spalte hochgelaufen und befinden uns hier. Jetzt möchten wir ja, dass der Roboter einmal in die nächste Spalte übersetzt, damit wir dann wieder unser inneres Vorgehen machen können, dass der Roboter die Spalte entlang läuft. Und wie funktioniert das in das Übersetzen, wenn der Roboter einmal nach oben schaut? Er muss sich einmal nach rechts drehen, fragen, ob hier das Feld frei ist, einen Schritt laufen und dann wieder nach rechts drehen. Und dann steht der Roboter hier und schaut nach unten. Und dann kann das innere Vorgehen wieder durchlaufen. Dann sind wir hier unten angelangt. Der Roboter schaut nach unten. Hier muss er sich auch. Er dreht sich nach links, schaut also in diese Richtung und fragt sich auch hier, ist das Feld frei? Wenn ja, kann er einen Schritt laufen. Warum fragen wir nochmal, ob das Feld frei ist? Damit wir hier auf jeden Fall sicherstellen, dass der Roboter sich hier ganz am Ende nicht noch einmal versucht, in die nächste Spalte zu übersetzen, die er gar nicht mehr machen kann. Und genau dieses Übersetzen in die nächste Spalte wollen wir ähnlich zu dem Ausweichen einfach schon mal als eigene Methode schreiben, dass wir das Ganze nicht jedes Mal neu schreiben müssen, sondern das wäre eine Methode namens Crossover, was genau das Übersetzen in die nächste Spalte bedeutet. Und dann können wir wie Sidestep das einfach aufrufen. Wir setzen jetzt das Übersetzen in nächste Spalte der rechten Tally J um. Und wir erinnern uns, wenn wir zum Beispiel nur laufen wollen, dann haben wir keinen explizierten Rückgabetyp wie eine Zahl. Also brauchen wir für unsere Methode Void. Und wie nennen wir die Methode? Wie nennen sie Crossover? Keine Parameter. Und jetzt werden wir sagen, wenn die Blickrichtung nach oben ist, und das ist genau unsere Fallunterscheidung, das sagt unser Schlüsselwort wenn. Also if, Blickrichtung nach oben, kriegen wir über this.getDirection. Dann machen wir einmal ab. Und was wollen wir dann machen? Wir sagen, drehe nach rechts. Dann, wenn das Feld, also ist das Feld frei, das ist wieder eine Abfrage. Also if this.isFrontclear, was wollen wir machen? Laufe einen Schritt. Also this.move. Und wir drehen uns wieder nach rechts. Jetzt, wenn die Blickrichtung nach unten ist, oder wir schreiben hier andernfalls, statt Blickrichtung nach unten. Warum? Wenn wir jetzt hier ebenfalls this..getDirection nach unten geschrieben hätten, und jetzt sehen wir schon, wir laufen nach oben, drehen, weil wir nach oben geguckt haben, dann gucken wir ja direkt wieder nach unten, weil wir uns in die nächste Spalte übersetzt haben, und dann würden wir direkt wieder übersetzen. Und damit das nicht der Fall ist, machen wir einfach nur else. Und dann wollen wir genau das Gleiche machen, also drehe nach, das ist das, was hier unten steht, drehe nach links. Also this.turnleft. Und dann wieder, ist das Feld frei, laufe und drehe, deswegen kopieren wir uns das einmal von oben drüber und ändern nur, dass wir hier nach links drehen. Und zur Erinnerung schreiben wir uns hier nochmal auf, das war Übersetzen in nächste Spalte. Wie sieht denn nun so eine Ausführung von verschachtelten Schleifen aus? Das, was wir hier links haben, mache 15 Mal und mache darin, laufe Spalte entlang. Das ist so, wie wir es ganz am Anfang uns schon mal überlegt haben. Und hier steht noch, anschließend Übersetze in nächste Spalte. Das müssen wir nicht machen, wenn wir eine Spalte lang gelaufen sind. Und hier sehen Sie es nochmal grafisch. Also mache 15 Mal, das ist die äußere Schleife. Und zwar wie oft, 15 Mal soll das, was hier drin ist, gemacht werden. Dann ist die innere Schleife, hier ebenfalls im Blau dargestellt, laufe Spalte entlang. Laufe Spalte entlang, hatten wir aber mit einer White-Schleife, also einer Schleife in Bedingung gemacht. Die steht natürlich auch wieder aus verschiedenen Befehlen, die hier in Hellblau dargestellt sind. Und dieser Pfeil bedeutet gerade, okay, das ist die innere Schleife, bedeutet, hier wiederholen sich auch Dinge, nämlich wie ich eine Schleife entlang laufe, wie ich eine Spalte entlang laufe mittels einer Schleife, so dass wir ganz am Ende mit Ausweichen das einmal gemacht haben. Wenn wir die Spalte komplett lang gelaufen sind, dann müssen wir noch, deswegen hier einmal in Hell dargestellt, übersetzen in nächste Spalte. Und das steht gerade nochmal hier. Wenn wir dann, und dieser Teil gehört natürlich zu äußeren Schleife, das sollen wir nämlich jedes Mal wieder machen. Aber, also hier sind die Bestandteile der äußeren Schleife, die werden in jedem Durchlauf der äußeren Schleife einmal durchgeführt. Und dann übersetzen wir die nächste Spalte, beginnen wieder hier oben mit unserer Schleife und sagen, okay, jetzt haben wir es fünfmal gemacht, jetzt ist unser sechster Durchlauf. Das bedeutet wieder, laufe die Spalte entlang und so weiter. Also das ist quasi hier einmal das äußere Vorgehen in Leder dargestellt und einmal das innere Vorgehen hier in Blau dargestellt. Und nun werden wir alle diese Schritte in unserer Kunstwelt zusammensetzen und ausprobieren. Jetzt kommt der Zeitpunkt, wo wir alle unsere Ideen zusammenbringen wollen, damit wir unser Problem und der letzten Wochen lösen. Was war also unsere äußere Schleife? Mache 15 Mal. Und was wollen wir 15 Mal machen? Laufe Spalte entlang, gehe in nächste Spalte. Und zwar fangen wir mit der äußeren Schleife an. Mache 15 Mal. Das bedeutet, wir wollen einfach nur was zählen, dafür nehmen wir die Vorschleife. Also vor. Wir fangen mit int i gleich 0 an zu zählen, dann stimmt nämlich unser i genau immer mit unserer Spaltenzahl, also mit unserer x-Koordinate überein, um es 15 Mal zu machen und wenn wir bei 0 anfangen, gehen wir nur bis 14 und wir wollen jede Spalte betrachten. Also gehen wir immer nur eins hoch. Jetzt brauchen wir noch und sagen, wie lang geht denn unsere Schleife? Was wollen wir alles wiederholen? Wir wollen bis hier unten wiederholen. Und gehe in nächste Spalte, das haben wir glücklicherweise auch schon geschrieben, also müssen wir unseren Roboter Alice einfach nur sagen, Crossover. Das haben wir schon gemacht. So. Jetzt laufen wir die Spalte entlang. Wenn unsere Alice startet hier unten, und zwar soll sie jetzt die erste Spalte entlang laufen und wenn sie Blickrichtung nach oben hat, dann soll sie so lange laufen, bis sie hier steht und hier nicht mehr laufen. Also in dieser x-Koordinate, das ist nämlich die x-Koordinate 13, die geht hier von 0 bis 14, also ist das hier die 13, dann soll sie das letzte Mal laufen. Also haben wir hier schon unsere Fortsetzungsbedingung für unsere Waldschleife. Denn wir haben ja gerade, solange deine y-Koordinate kleiner als 14 ist, laufe noch einen Schritt. Analog, wenn Alice noch hier steht und nach unten schaut, laufe so lange, wie deine y-Koordinate noch größer als 0 ist, denn wenn du hier stehst, sollst du nicht mehr laufen. Und das machen wir jetzt. Jetzt haben wir gerade gemerkt, wir haben schon mal eine Fallunterscheidung nach oben, nach unten laufen und die schreiben wir uns jetzt erst auf. Die Fallunterscheidung machen wir unserem if. Also if Alice get direction up ist der eine Fall und der andere Fall ist genau, wenn sie nach unten schaut. Also down. Und im Fall nach oben hatten wir gesagt, sie soll so lange laufen, wie ihre y-Koordinate, also get y, kleiner als 14 ist. Analog dazu, wir machen jetzt beides gleichzeitig, wenn sie auch unten ist, sollte sie so lange laufen, wie ihre y-Koordinate größer als 0 ist. Und zwar, wie soll sie laufen? Sie soll ja immer laufen, wenn es geht und ansonsten ausweichen. Und das ist bei beiden. Und damit wir das nicht mit dieser laufen, wenn es geht, diese Fallunterscheidung nicht doppelt haben, schreiben wir uns dafür auch eine eigene Methode. Dazu gehen wir in Robert Wright rein und nennen es laufe, wenn es geht, ansonsten weiche aus. Wie zuvor, wenn wir nur laufen haben, ist unser Rückgabetyp void. Wir nennen sie move if possible, unsere neue Methode. Die ist parameterlos. Sagen, wenn der Weg frei ist, also this is front clear, was soll dann gemacht werden? Dann soll einfach nur ein Schritt gelaufen werden. Dann ist der Weg frei. Wenn der Weg nicht frei ist, also andernfalls, dann müssen wir ausweichen. Das Tolle ist, Ausweichen haben wir schon geschrieben. Das war Sidestep. Das hatten wir hier oben schon geschrieben, dass der Roboter unserem Block beziehungsweise Baum ausweicht. Und auf diese Methode move if possible, die rufen wir jetzt hier wieder auf und sagen, solange das ist, laufe einmal. und jetzt probieren wir das auch einmal aus. Alice rennt von unten nach oben, übersetzt die nächste Spalte und läuft wieder runter, übersetzt die nächste Spalte und läuft hoch. Und jetzt wollen wir uns das anschauen, ob sie es auch korrekt bis zum Schluss schafft. Und das haben wir geschafft. Wir haben dieses komplette Problem jetzt einmal gelöst und wir haben so viel Neues dabei gelernt. Wir haben die Vorschleife gelernt. Wir haben gesagt, wir wollen etwas mit einer festen Anzahl durchlaufen. Das haben wir hier für die Spalten gebraucht. Wir haben die Wildschleife kennengelernt. Wir sagen, laufe solange eine bestimmte Bedingung gilt, weil wir konnten ja nicht sagen, Alice läuft so lange durch das Ganze ausweichen. Wir haben die Methoden kennengelernt, um verschiedene Teile, die wir immer wieder brauchen, mit einem Namen zu benennen, um sie mehrfach zu benutzen. Und alle diese Teile haben wir hier für unsere Lösung gebraucht. Und letztendlich, sehen Sie, die Lösung war gar nicht so lang. Nun wollen wir uns noch mal zusammenfassend anschauen, was wir denn gemacht haben. Also wir können zwei Schleifen nun ineinander setzen, also nicht nacheinander, damit Sie verschiedene Dinge machen, sondern wirklich ineinander. Was erlaubt uns das? Wir können nun zweidimensionale Felder ablaufen oder wir können zum Beispiel eine Spalte ablaufen, aber auf jedes Feld mehrfach Münzen aufnehmen und ablegen. Das wäre dann zum Beispiel auch eine innere Schleife, unser inneres Vorgehen. Also wir haben jetzt ganz neue Möglichkeiten, um Probleme zu lösen. Sprachlich wird dieses Ineinandersetzung auch oft als Verschachtelung oder im Englischen nested bezeichnet. Also sprachlich haben wir so etwas von der Art, wie für jedes X soll Y passieren. Und da ist Y selbst wiederum durch eine Schleife modelliert. Was haben wir noch für Anwendungsfälle? Also zweidimensionale Anwendungsfälle sind relativ häufig. Hier sehen Sie zum Beispiel ein völlig anderes Bild. Und zwar haben wir verschiedene Karten mit Bildern. und wir würden gerne zählen, wie viel Obstbilder wir haben. Was müssen wir dazu machen? Wir müssen alle durchgehen, aber wir müssen dem Robot, unserem Computer wieder sagen, algorithmisch, wie gehen wir da durch? Dann können wir sagen, okay, das ist eigentlich relativ ähnlich zu dem, was wir vorher hatten, von den Konzepten her. Wir können alle Zahlen durchlaufen und sollen von der einen Zeile in die nächste durchlaufen. Und dann erdenken wir unsere Avocado. Aber, und deswegen, also das Grundkonzept, dass wir quasi mit Schleifen, mit Wiederholungen Sachen vereinfachen, dass wir diese Wiederholungen noch ineinander schachteln, erlaubt uns ganz vielfältige Kontexte und Aufgabenfälle zu lösen. Und so zweidimensionale Anwendungsfälle sind wirklich sehr häufig, stellen sich auch einfach nur jegliche automatische Bild, irgendwie Verarbeitung oder Sonstiges da, weil wir alles diese zweidimensionalen Bilder mit den Pixeln haben, die wir dann noch alle zählen können. Also diese zweidimensionalen Anwendungsfälle sind wirklich sehr häufig. Und wir hatten es gerade so, dass die äußere Schleife eine Vorschleife war, also eine Schleife mit fester Anzahl und die innere Schleife eine Schleife mit Bedingung, eine Whiteschleife. Das kann auch und anders gemischt sein, aber es können auch Schleifen gleicher Art sein. Wir können aber natürlich auch noch mehr als nur zwei Schleifen ineinander machen. Sie können beliebig viele Schleifen ineinander machen, zum Beispiel für dreidimensionale Anwendungsfälle oder wenn Sie auf jedem von Ihrem zweidimensionalen Anwendungsfeld zum Beispiel noch mehrfach Sachen machen wollen. Hier könnten Sie sagen, ich möchte jedes Blatt durchgehen und dann brauchen wir schon quasi zwei Schleifen und in jedem Blatt möchte ich dann auch noch ganz, ganz viele, hier dieses Obst und Gemüse in Scheiben schneiden, dann hätten wir schon wieder eine Schleife, und dann hätten Sie drei ineinander geschachtelt Schleifen. Also Sie sehen, dieses Konzept lässt sich sehr gut auch auf weitere Sachen übertragen. Nun noch mal abschließend als Reflexion, wie sind wir vorgegangen? Wir hatten eine Reduktion eines größeren Problems in kleinere Teilprobleme. Dieses Verfahren haben wir Teil und Herrsche beziehungsweise die Wight & Conquer genannt. Und diese kleinen Probleme konnten wir dann wiederum mit Schleifen lösen lassen. Und es gibt zwei verschiedene Vorgehensweisen, zum Beispiel beim Schreiben von überschachtelten Schleifen, und zwar einmal top-down. Das bedeutet, wir kommen von außen nach innen. So haben wir es ein bisschen konzeptuell gemacht und gesagt, okay, wir haben uns erst überlegt, was möchten wir, was brauchen wir alles und haben uns die Struktur aufgeschrieben, beispielsweise mit den Kommentaren und haben sie dann innen ergänzt. Wir haben aber auch teilweise bottom-up, also von unten nach oben, also die Schleifen von innen nach außen schreiben, gemacht und sagen, okay, wir wissen von oben, was wir brauchen, wir müssen ausweichen. Dann schreiben wir auch schon diese ganzen Methoden ausweichen, bevor wir sie benutzen und treffen uns in der Mitte. Und so haben wir quasi diese Vorgehensweisen bottom-up und top-down ineinander verschränkt, damit wir unsere Sachen ausprobieren können. Aber wir hätten auch nur sagen können, wir überlegen uns erst mal, was wir alles brauchen und führen es dann zusammen oder wir machen es nur konzeptuell und erst ganz am Schluss schreiben wir die ganzen Methoden, die wir brauchen. Und damit können wir einmal unsere Streuobstwiese als Ganzes abschließen.